Ja, ein Glück, dass ihr mich habt, he? Können Sie sich erstmal eine Hose anziehen, finde ich. Nee, nee, das vermiedert einen Klang. Warum das nicht sowieso gleich gemacht hast? Wie hieß er hier, der ankelten Reiter gemacht hat? Ja, der singt ja auch so. Wann kommt die Flut? Wollen wir jetzt eben trinken? Wer ist denn damit? Ich hole dir noch eine Pucke. In dem ganzen Euro? Gib mal bitte meine Jacke, die da in der Ecke hinter dir liegt. Direkt hinter dir müsste die liegen. Was machen wir denn jetzt, Paulchen? Ansehchen, au! Ich könnte hier so Geisterbahn einsprechen. Okay. Für die andere Seite. Alter. Aber Paul, ich habe einen Kopfhörer laut. Denkt dran. Guck mal, das ist schon zensiert hier. Da ist schon so ein Sternchen gefroren. 340. Geil! Du Scheißkopf! Geil! Okay, ich probiere uns mal. Heeeey! Einmal frei. Geil! Geil!